Meine Damen und Herren, wir kommen zur Gewichtsklasse von bis 91 Kilogramm in Blauenegger. Cheban Ali! Im Gegenüber kam der Kamper, der erst vor vier Stunden eingesprungen ist, Jorgei Tigisvili. Im Gegenüber kam der Kamper, der erst vor vier Stunden. Im Gegenüber kam der Kamper, der erst vor vier Stunden. Der Kamper, der erst vor vier Stunden, der erst vor vier Stunden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieger durch Knockout und somit Schweizermeister in der Kategorie bis 91 Kilogramm. Vielen Dank. Vielen Dank.